Willkommen zu Dead by Daylight. Ja, mein Name ist Justin und wir spielen mit dem Demogorgon. Ja, Stranger Things ist zurück. Freut mich sehr. Gestern lag ich fünf Stunden wach, weil ich mich so gefreut... So, Entschuldigung, da ist mein Controller gerade aufgegangen. So, wir haben vier Perks mit dabei. Geißelhacken, Schmerzensecho, Lightborn oder wie auch immer das heißt. Auflösung, Ruf einer Krankenschwester. Das sind unsere heutigen Perks. Und es laggt ziemlich bei mir wegen Internet, also bitte nicht wundern. Ich will eigentlich den, den... Na gut, den oben verteidigen, aber den da oben kann ich glaube ich mir in meiner A-Ritzel schmieren. Oh, ich kenne diese Map nicht, wa? Ich kenne sie einfach nicht. Ja, als ob. Digga. Okay. Na komm. Digga, wo ist hier was? Und erster... Oh... Okay, das hat mir jetzt natürlich ziemlich meinen Arsch zerrissen. Muss ich wirklich dazu sagen. Digga, es lag so hart bei mir. Oh, ich hab extra Custom gestartet, weil ich dachte, es regelt nochmal, weil ich hab mit dem noch nie gespielt. Ich hab gerade auf dem Grund nochmal Jägerin gespielt, warum auch immer. Und ich wollte jetzt mal Custom-Dem ausprobieren. Natürlich, natürlich. Ich wollte schon sagen, ich hab da gerade Steps gehört. Oder? Okay, ich bin ziemlich dumm, hab ich gerade das Gefühl. Hier lang? W. T. F. Alter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... ...da rüber. Bingo. Jackpot. Der Victorio. Ja? Okay, 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 okay. Ist dir der lang gelatscht? Hä? Was passiert hier? Wo? W.O. Digga, hä? Alter, ich check gar nichts mehr. Alter, dieses Spiel. Geh jetzt auch nicht. Digga. Ey, dieses Spiel war... Ich komm nicht mal auch beim Leben klar. Ist ja noch einer. Alter. Boah, Digga, dieses dumme Kack-Tax-Game, man. Ja. So, kriegen wir den da auf den Geißelhaken? Wäre natürlich super, bevor der nächste Gen hochgeht. Ach, das ist der letzte sogar. Ja, gut. Mal der, der, der und... Ja, wollte grad schon sagen. Jetzt geht's grad mit dem Leggen. Muss ich... ...den Spiel jetzt mal gönnen? Hä? Was, 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 was? Nein? Digga, ich hasse diese Portal-Zerstörer, wa? Digga, dieses Spiel! Ey, ich hab gleich echt keinen Bock mehr, wa? Okay, alles klar. Ich will jetzt uns nicht gute Laune verderben. Okay. Hier rein. Okay, das ist also auch. Die Kau! Die Kau! Die Kau! Dein Ernst jetzt? Digga. Ich will gerade was. Meine Waffe. Hätte es nicht geleckt, hätte ich schon... Mann, jetzt lasst mich hier durch, verdammte Schiff. Hätte es nicht geleckt, hätte ich schon 5000 mehr Kills gehabt. Der geht echt dummer retten, wa? Digga, jetzt lasst mich! Jetzt liege er jetzt so am lecken, halt, das macht keinen Spaß mehr, dieses Spiel. Digga! Gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was für ein... Guter Mori, ich den halt. Okay, ich muss sagen, die Runde war nicht gut. Ist aber auch, weil ich total am lecken ist. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und... Ja. Bis dann, haut rein!